Also für mich ist Dienstlaken der Ort, an dem ich die meiste Zeit meiner Freizeit verbringe. Nach der Schule fahren wir oft in den PDS hinter der Eishalle. Das ist so ein Skatepark hier in der Gegend. Und deswegen ist Dienstlaken für mich ein Ort, an dem ich gerne Zeit verbringe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017